Dann lasse ich mich testen und auf dem Weg zur Arbeit kriege ich einen positiven Test zugeschickt und dann keines der Unterricht. Soll ich mal den Kurs ausmachen und dann wäre doch auch anders. Ja, dann lasst du das einfach aus. Dann ist die Lichterkelle. Verrückt. Also die Pappe hier am Arsch ist ja insbesondere schön. Dann machst du halt weg. Entschuldigung. So, willkommen mal wieder beim Testoleros. Wir haben heute den 2. Januar und es ist nach 16 Uhr. Das heißt, damit ist die Verlosung beendet und wir haben schon mal alles vorbereitet. Und auf jeden dieser Zettel ist ein Name. Und diesen Namen werden wir jetzt mal vorlesen. Ich fang mal an. Das sind dann die, die halt hier mit dran teilnehmen. Wir lesen die vor. Dann machen wir die hier rein. Dann wird einmal durchgemischt und dann wird gezogen. Ja. Gut. Superfoods. Also wenn ich irgendeinen Namen falsch vorlese oder Riko war entschuldigt, ist es wohl manchmal schwer zu sehen, ob das eine Abkürzung ist oder der Name. Ja, oder? Ernst hat auch eine Sauklaue oder so. H. Mare ST. Intended Name. Manuel. Klickst du das mal immer? Ich mach das mal doppelt. Hörhautverlauf. Ach nein. Gut. Hunter Slide. X... Ah, 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 ah. Hunter Slide. Geist 1. Infinity Gameplay. Das haben wir auch mal cool. xpensos xbv ben auch sehr kreative namen freddy xsharki 8x döner forever mit herzchen news today für die gerechtigkeit voice hat andy biel armageddon der swagger piano gaming.net-fn do me you don't know me jonas wendler der wendler lorenzo de susa nightmare linus universal sounds the real are best gamer bros peter hermann ratchet 1 ratchet 1 fkick gebäbelt julian.lp electric music der todesgriff wahrscheinlich ein fan von das weder nicht zum ersten mal lorenzo de lorenzo Wo's Overlay? Buffy floggt. Ist das ein A oder ist das ein K? Ein K. Das sieht man auch. Daniel Schick. Da hinten soll ein K sein. Merke ich mir. Ist das ein Komma oder? Nein, das ist einfach nur MAG. Achso, MAG oder Mac. Weiße Hose. Arne Jansky. Marco114. G10. King Mongo. Marco Kiesel. Und... Bitsbra. Ein Deckel zu. Oh, das muss ich hier durchgemischen. Du Gott. So, also Rico zieht jetzt. Und der Glückliche erhalten 75 Euro Fan von uns. Ich. Also Augen zu. Ich hab die Ehre. Also nicht böse sein wenn ich... An alle anderen vielen Dank für die Teilnahme. Sehr nette Kommentare. Genau. Schönen Dank. Und nicht böse sein wenn ich euch nicht ziehe. Und der Gewinner ist... Meck, MAG. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Sehr gut. Meck, MAG. Viel Spaß mit dem Gutschein. Und... Alle anderen... Ja, viel Glück beim nächsten Mal. Schreibst du uns jetzt... Am besten natürlich einen Kommentar. Weil... Nur du kannst auf deinen... YouTube Account zugreifen. Und uns könnte jetzt aber jeder... Schreiben und sagen, ich hab gewonnen. Also am besten hier unter dem Video einen Kommentar. Mit deiner E-Mail-Adresse. Das können wir dann auch wieder löschen. Und dann schreib ich dich an und schick dir direkt den... Die 75 Euro Gutschein von Amazon. Genau. So. Nächstes Spiel ist... Bei... Na bei 800 Abonnenten, oder? Meinst du? Schreib mal in die Kommentare, ob wir nächstes Mal wieder eine Verlosung machen sollen. Genau. Gucken wir mal, wa? Ja. Alles klar. Auf jeden Fall kräftig liken, teilen, weiter abonnieren, informieren, und... Bis dahin. Ja. Macht's gut? Gut. Bier. Ach! Ja stimmt, der war kohlfrei. Jetzt sind drei verschiedene, oder? Was haben wir da gegriffen? Joy Brau. Ocean Blue. Was ist diese Tonne? Schütter. Öffner. Na toll, ey. Schütter. Öffner. Öffner. Sieht ja mal herlich. Ich hab ja noch mal jetzt meinen... Bis demnächst. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF für funk, 2017